In dieser Neoliberist-Economie gibt es die Idee, dass sich in der ganzen Debatte der Preis-Kartell. Alles ist verwendbar. Und dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein, dass man einfach einen Balk verkauft, den namentlich umändert, wie es damals geheißen hat, glaube ich, so ein Shampoo 1 und ein Shampoo 2. Dann haben wir gesagt, ja, da lachen Sie es, nein, das ist nicht. Also zuerst, wenn man eigentlich wieder umgerufen hat, das ist ein Scherz. Also der hat gesagt, das Geld ist, finde ich, überhaupt kein Problem. Like all state bodies, you know, they do things behind your back. I never consider my involvement here is an investment. It is my emotion in the Burgundy Wines. Aber wie wird es sein, wenn ein Chiner achetert ein großer Stadt? Es ist hier kein Disneyland, und es ist auch nicht eine schümmelte Wand. Die zukünftigen Anwohner vor dem Straßenlärm schützt, sondern das war ein richtig menschenverachtendes Bauwerk. Ich glaube, wir müssen uns verstehen, dass unser patrimonium, das ein großer Wert ist, ein großer Wert ist, hat einen größeren Wert, in termen von spiritualen Werten. Der Grundstück ist genau das. Jeder von uns, muss man sich immer stärker fühlen mit diesem Land und diesen Monumenten und mit diesem Land. Das ist die Bewusstsein der Bevölkerung. Das ist die Bewusstsein der Bevölkerung. Der Staat ist ein vieles reales Land, auch ein paar Zahlen. Und ich sehe keinen Grund, warum alles sollte sein. Wir sagen, dass man muss förmlich einen prozess initiieren und Bürgerinnen und Bürger da auch mit einzubinden.